Es gibt eine Art, die lebt auf der ganzen Welt. In heißem wie im kalten Klima, im Wasser und in der Luft. Ihre Anzahl über 7 Milliarden. Trotzdem ist diese Art bedroht. Diese Art sind wir. Stopp den Wahnsinn, denn der Amazonaswald schützt auch uns. Spende jetzt auf www.de. Spende jetzt auf www.de.de